R-E-W-R-M-S-I-D-O Oh nein, es regnet draus. Oh, hallo? Das waren wir ganz... Ich glaube, ich sollte... Das ist der neue Nachbar. Ich gehe mich direkt mal vorstellen. Okay, ich nehme mir den Kuchen hier raus. Das ist meine erste eigene Wohnung. Schaut euch an. Alles hier drin. Der PC kommt noch hier rein. Mein Kühlbox ist auch nichts mehr drin. Und jetzt können wir endlich rüber. Gott, das will ich erst mal hier die Nachbarschaft ein wenig erkunden. Der Einzug war echt hart gestern. Aber naja, ich habe mir auch auf jeden Fall jetzt gut ausgeschlafen. So, was haben wir hier? Hier geht es nicht mehr weiter. Die Tankstelle, der Burgerladen, der gerade gebaut wird. Die Baustelle. Den Kerl habe ich bis jetzt noch immer nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das Haus überhaupt gerade zur Vermietung steht. Hier vorne, der Laden, der sieht auch verdammt lecker aus. Vielleicht sollte ich da mal gucken, wenn die aufhaben, ob ich mir hier vielleicht was Leckeres zu essen holen kann. Schauen wir mal, schauen wir mal ganz kurz, ob hier mein neuer Nachbar ist. Wenn ich mich mal ganz kurz nicht vorstellen. Mama hat mir extra einen Kuchen mitgegeben, den ich verschenken soll. Kannst du das mal? Ähm, warte, ist ein Problem. Hallo? Hallo? Wo bist du denn? Komm mal zu mir nach Hause. Wie schön, du bist denn. Du bist ja neu. Komm. Ja, ich bin der neue Nachbar. Ich habe ihnen Kuchen mitgebracht. Komm rein, komm rein. Ich habe ihnen einen Kuchen mitgebracht. Okay, auf, auf, auf. Ah, ah, ah. Hören Sie auf, hören Sie auf. Ah, ah, ah. Was? Oh Gott. Was ist denn gerade passiert? Ich habe geträumt, dass ich mich beim Vorstellen... Der Nachbar hat mich umgebracht. Jetzt sollte ich mich... Hä? Wo ist der Kuchen hin? Ich wollte doch... Na, dann nehme ich ihm ein paar Kartoffeln mit. Ich muss mich unbedingt dem Nachbarn vorstellen. Gottes Willen, hoffentlich... Es wird ja nicht das gleiche passieren wie im Traum. Ich meine, mein Nachbar, der wird ja sicherlich... Der hat so ein schönes Anwesen, so ein schönes Haus hier. Das ist der Wahnsinn. Kannst du das mal gucken, ob er überhaupt zu Hause ist. Hier mal durchs Fenster schauen. Hm. Sieht relativ leer aus. Es ist, glaube ich, keiner da. Hallo? 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 Äh, Entschuldigung? Äh? Hallo? Ich glaube, es ist keiner da. Einfach mal in den Garten vielleicht. Vielleicht ist er... Hallo, Herr Nachbar! Äh, äh, hallo? Entschuldigung, der ist der Sprintzahlder? Ich glaube nicht... Oh! Äh, 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 Herr Nachbar? Äh, wo ist der? Wo ist der? Ich höre dich. Ich bin in Ihrem Garten. Herr Nachbar, ich... Ich bin der neue Nachbar und ich habe mir ein paar Kartoffeln mitgebracht. Willkommen in der Nachbarschaft, wollte ich damit sagen. Äh, schönes Haus haben Sie hier. Ich... Äh, ich will doch gar nicht länger stören. Äh, hier die Kartoffeln. Denk mal, dass wir uns dann die Tage mal wiedersehen können. Ähm... Wenn ich... Ah! Ah! Ich wollte nur Kartoffeln! Ah! Nein, ich wollte nur Kartoffeln! Ah! Hä? Was zum... Das kann doch nicht sein, der Typ. Der Typ hat wirklich versucht, mich umzubringen. Okay. 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 Ich muss unbedingt herausfinden... Was... Teufel, was... Was passiert denn hier? Die hat bestimmt irgendwas zu verbergen. Ähm... Äh... 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 Ähm... Was ist los hier? Was ist los hier? Bitte, bitte, eins, geht, eins! Äh... Gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wieso greift der mich denn ständig an, der Kerl? Ich ver... Ist das ein Baumhaus hier? Ja, fertig, ja. Oh, ein Garten. Oh, die... Oh, die... Ich hoffe, wir haben ein anderes Zimmer. Was haben wir denn hier noch alles? Oh, oh! Was ist das hier? Abgeschlossen. Ähm... Ich gehe mal ganz leise in das Haus rein. Ich muss mich mal ganz kurz da umschauen. Okay. Der Typ versteckt doch irgendwas. Der hat doch irgendwas Illegales am Laufen. Oh. Ja, ja. Äh... Warum... Warum riecht sie so gut? Äh... Ah, mein Kacke! Mein Kacke! Okay, ich... Ich habe vergessen zu spüren. Genau! Okay, ich... Oh, mein Kacke, ich gehe mal weg. Äh... Äh... Der Grill ist auch an. Aber das stimmt doch irgendwas nicht. Der Typ... Der Typ ist doch nicht normal. Oh, eine neue Nachricht bei Sky. Ah! Okay. Vielleicht... Ich glaube, es ist gerade am Computer. Vielleicht meint er... Ah, das war der Bot. Oh. Wo geht's denn da hin? Da muss doch irgendwo nach unten gehen. Alter, jetzt darf mich hier niemand sehen, ja? Okay. Über hier. Was macht der da? Was macht der da? Der... Der... Muss den geheimen Code angeben. Ähm... Der geht da runter. Der geht da runter. Der geht da runter. Oh, mein Gott. Da ist irgendwas Illegales drin. Da ist bestimmt... Ich... Ich muss unbedingt herausfinden... Ich muss irgendwas Neues. Ich muss irgendwas... Ein bisschen Neues? Wovon redet der Typ? Der... Da ist irgendetwas Illegales im Busch. Wenn er mich jetzt nicht sieht, dann... Okay, ist jetzt der wieder abgeschlossen. Verdammt, der hat die Schlüsse mitgenommen, der Trottel. Äh, äh, ähm, ich... Äh, wenn... Wenn sie so fragen, wenn ich ein bisschen hierbleiben dürfte... Ich meine, unter Nachbarn macht man ja sowas, oder? Ich meine, wir zwei sind ja quasi... Bist du nicht meine Abba? Ich bin... Äh, ich gehe dann wieder, ja? Ich, äh... Ich gehe ja... Alles gut. Ich... Äh... Oh, ein Bau... Ja, ich... Können Sie das Messer vielleicht... Das Messer vielleicht wegstecken? Geh mal Baba aus! Stecken Sie das Messer weg! Nein, ich gehe nicht in den Baum... Nein, ich gehe nach Hause! Okay, okay, okay. Alles gut. Geh da hoch, du Pallagier! Geh da hoch, putz dich, die Scheiße! Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ja, ich bin... in Ihrem Baumhaus und jetzt... Äh, äh... Das ist nicht reich! Nein! Nein, nein! Äh... Äh... Nein, 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 nein! Herr Nachbar! Äh... 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 Ich habe in meiner Spüle geschlafen, was zum... Okay, 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 okay. Irgendwas ist mit diesem Nachbarn los. Ach Gott, es ist schon wieder hellig, der Tag. Okay, ich werde herausfinden, was es mit diesem Nachbarn auf sich hat. Ich werde... Äh... Äh... Ohohoh... Aber erst mal habe ich Hunger. Hallo? Der Würstchen-Imbiss hier, vielleicht... Hallo? Ich... Immer noch nicht besetzt. Es kann doch nicht sein, dass ich mit diesem Psychopathen der Einzige in der Nachbarschaft bin. Hallo? Ich würde gern Würstchen kaufen. Oh Gott, wir brauchen unbedingt jemanden, der hier... Da ist ja auch egal. Gut, dann... Dann gehe ich jetzt zum Nachbarn und werde ihn beobachten. Der macht bestimmt wieder irgendwas Verrücktes. Der Typ hat irgendwas in seinem Keller und ich werde es herausfinden. Was ist denn hier? Ohohoh... Ohohoh... Äh... Äh... Ohohoh... Ähm... Ähm... Es kommt wieder... Na, alles, alles gut. Ich gehe wieder... Ja, 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 ja. Alles okay. Ich gehe wieder nach Hause. Oh, oh, ja, alles gut. Oh Gott, okay. Der Typ darf mich nicht sehen. In meinem Haus bin ich wohl sicher. Oh ja, ist der Dorit da. Okay, was macht der... Oh, meine Fernsehwerbung. Was macht der Typ denn da vorne? Das ist doch normal. Okay, okay, okay. Pass mal auf. Okay, ich gehe hier vorne hingehe vielleicht. Oh, Alter. Wo ist der Kerl? Oh mein Gott. Der sieht mich nicht. Okay, er sieht mich nicht und ich glaube, der guckt immer noch Fernsehen. Okay, schauen wir mal. Der Asse. Ja, 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 ja. Ganz ruhig. Mein Fernsehfreund, der Tag ist so gut. Ja, immer wieder das schöne Wetter. Muss ich mir jetzt wieder meine Tagesarbeit machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In den Toaster. Oh, Entschuldigung. Ich... Ich... Oh, Entschuldigung. Ich... Der Toaster hat sogar zwei geschafft. Oh, was macht der Typ da? Ist der gerade etwa mit seinem... Oh Gott, ich habe einen Eingang gefunden. Perfekt. Okay, okay, okay. Irgendwo muss dieser Schlüssel sein. Hallo? Womit verdient der Typ sein Geld? Womit verdient der Typ sein Geld? Äh, ich. Ich bin nicht im Badezimmer. Aber willst du nur einen Schicker fahren? Aha. Oh, ich... Ich habe mich verlaufen. Es tut mir leid. Ich... Ich gehe schon wieder. Ich gehe schon. Alles gut. Alles gut. Nein, Schwein. Nein. Nicht schießen, bitte. Die Schmerzen. Nicht mehr schießen. Geh. Nein. Geh. Wo ist... Die Schmerzen. Nein. Nein. Die wollen mich wieder umbringen. Nein. Nein. Ich will nicht ihr Kackaputzer sein. Ich will nicht ihr Kackaputzer sein. Komm jetzt. Ich will nicht ihr Kackaputzer sein. Ja. Ich will nicht ihr Kackaputzer sein. Komm jetzt. Was? Ich mache die Tür auf und ich... Die Maklerin hat gesagt, das ist eine beliebte Nachbarschaft. Nein. 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 In meinem Haus kannst du mir gar nichts anhaben. In meinem Haus kannst du mir nichts. Wer weiß, wenn ich ankommen. Oh. Okay. Okay. Das war das letzte Mal. Es ist Nacht. Und der Typ ist bestimmt wieder mit irgendeiner blöden Kacke beschäftigt. Und ich habe gelernt von meinem Großvater, wie man Schlösser knackt. Das heißt, ich werde mir jetzt diesen verdammten Schlüssel holen und herausfinden, was in seinem Keller ist. Okay, okay, okay. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Was macht der da vorne? Was zum... Ähm. 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 Was macht der da vorne? Was zum... Ich finde den Schlüssel. Was zum Teufel stimmt mir diesem Typen nicht? So ist mein Fenster hier zu, hä? Ja, ja, ja. Wer war das? Ab, 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 ab. Okay, vorsichtig. Wau, 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 wau. Wau, wau, wau. Wau, wau, wau. Er ist immer noch beschäftigt. All deutsches Land. Oh Gott, das ist das. Mit freundet wohl. Über die Republik. Kiste mit dem Hebel. So gehen wir mal ein mein Zimmer her. Ich muss da noch was an. Irgendwann. Oh. Schöne Tür. Schöne... Die ist kaputt. Oh Gott, oh Gott. Ja. He, he, he. Schnell nach unten. Schnell nach unten. Schnell nach unten. Ich muss herausfinden, was in seinem Keller ist. Ich muss herausfinden, was in seinem Keller ist. Hey, mein Schlüssel ist weg. Hinweisst du. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, eine Drogenplantage. Ich wusste es. Pablo Plantage, der hier Drogen anbaut. Oh, Gott. Hey, was da wirst du? Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Der Typ darf ich nicht sehen. Der Typ darf ich nicht sehen. Der Typ darf ich nicht sehen. Wie geht's hier? Hast du neue Sachen für mich? Hans ab, das ist gut. Hier kriegst du mit dem Bär. Das schmeckt auch gut. Ich werde die bei der Polizei verpetzen. Ich habe voll los gemacht. Doch, werde ich. Sie ist geisteskranke. Nein. Ich kann fliegen. Nein, können sie nicht. Sie können nicht fliegen. Sie sind ein normaler Mensch. In meinem Haus werde ich sofort die Polizei anrufen. So, jetzt kannst du mir gar nichts. Ich bin in meinem Haus drin. Nein, mache ich nicht. Mach die Tür auf. Nein, mache ich nicht. Mach die Tür auf. Ja, hallo, Polizei? Mein Nachbar baut Drogen an. Nein, du Arschloch. Aua. Ich habe die Polizei bereits angerufen. Sie ist jeden Moment da. Ja, bist du da. Aua. Ich. Oh nein. Nein. Guck mal meine Klarinette. Nein. Ich kann euch das Lied spielen. Nein. Nein, warten Sie. Nein. 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 Bitte. Bitte. Nein. Herr Nachbar, hören Sie auf. Hören Sie auf. Hören Sie auf. Nein. Ja, aber bitte. Hey. Komm runter. Nein, 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 nein. Du wirst mich nicht umbringen. Die Polizei weiß bereits Bescheid. Ah. Die kommt jeden Moment. Die kommt jeden Moment. Ah. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Ja, Leute, das war es mit diesem verstörenden Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade geschehen ist. Schreibt definitiv bei Eiferstein vorbei. Ich entschuldige mich dafür. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Schuss!